Hallo Leute und Willkommen zum nächsten Part von Minecraft Ender Games mit dem Flo. Nee. Okay, und wie ihr vielleicht bemerkt habt, haben wir ein neues Intro. Kommt drauf an, ob ich das schon vor diesem Part davor schneiden kann. Genau, das... ich hab den Namen wieder vergessen. Also, ich meine, das hat der liebe Freikry HD gemacht oder so heißt der. Der hat auch einen YouTube-Channel. Link auf jeden Fall in der Beschreibung, wenn das Intro schon da ist. Kann natürlich auch sein, dass jetzt die nächsten Parts kommen. Werdet ihr sehen. Und ja, ich habe übrigens ein... Oh, nee. 41.000 Coins. Das ist nur Bullshit in der Kiste. Nein, ich hab die Pfeile nicht bekommen. Oh, scheiße. Geh doch dahin, was hab ich getan? Äh, ich hab das ganze Eisen nicht... Aber ihr mein Lava und Wasser, das ist auch ganz cool. Und es laufen wir viel zu viele Zielsuche in letzter Zeit rum. Das ist ganz schön ekelhaft. Bitte an das, weil wir so einen Scheiß-Ping haben. Ich werde bald auch ein Shield-Sucher. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann mir nichts craften. Doch, ich kann mir ein Gold craften. Oh, drei Tiers. Ja. Hm, unfair. Quatsch. Aber ich hab drei Schadensträger, die können mir enorm helfen, wenn ich die Klug einsetze. So richtig Kai Luka einsetze. Leute, merkt euch die Zahl 69. Wieso sollte ich mir die zahl 69? Leute, merkt euch die Zahl 69. Haha. Ah, perfekt. Mr. Disliker. Okay, ihm gefällt das also nicht, Ender Games. Das ist natürlich, äh, schade. Dem gefällt Ender Games nicht. Mr. Disliker. Wieso? Also, nee, woher weiß... Nee, ich mein, woher du das weißt. Weil der so heißt. Ach so. Es war lustig. Ah, ja. Was? Nein, da kommt einer von hinten. Ich bin tot. Ist doch ne Scheiße. Nope. Er war Zielsucher. Ey, welches Kid ist der Typ mit der gelben Lederrüstung? Morpher war ich. Ich glaub, das soll ich mir übrigens als nächstes, liebe Leute. Wer hat dann meine Barbaren-Fähigkeit bekommen, die keine Fähigkeit hat. Das, das, das wisst du. Hmm. Hmm. Deswegen ist das Känguru weggerannt. Okay. Ich hab viel zu viel Müll. Hm. Dankeschön für die lieben Pfeile, mit denen du mich abgeworfen hast. Lieber Typ. Hm. Eigentlich mach ich in letzter Zeit in Ender Games so viele Kills und jetzt sterb ich einfach mal direkt weg. Hm. Und Speedbar. Klatsch. Puff. Ich mag Zielsucher. Ja, genau. Ach so. Hm. Mhm. Ups. Äh, meiner? Kann ich mir noch das hier machen? Buh, schick, schick. Ach. Nein, das tue ich. Ich kann man irgendwie tanzen. Das ist der Eisenhose? Ja, ne? Ja. Ja, hab ich kann. Das sah so aus, als ob der... Ach, der Severanov spectatet nicht. Oh, dieser... Ja, ja. Der Sever hat Doppelköll gemacht. Warte. Der Sever ist welchen in der Höhle gespürt oder wurde der jetzt dahingetauscht? Aber der hat nur... Ach, das ist ein Zielsucher, deswegen. Ich hab Poison. Jo, du kannst mir gar nichts. Ich hab Poison und Schadenstränke. Alter. Lol. Oh, oh, oh. Das wird jetzt interesting. Zwei Zielsucher. Kämpfen. Together. Nee, each other. Nee. Glaub ich. Against each other. Oh. Er ist ein Känguru. Töten. Ich hasse Kängurus. Ja. Ist der erstmal falsch angestorben. Das ist das Problem an... Das find ich auch irgendwie komisch, dass sie das gemacht haben, dass Kängurus immer noch falsch angekommen. Oh, da ist einer ganz in der Nähe, Tobi. Oh, ich bin nicht blöd. Ach, du wurdest getauscht. Hoch. Ja, mit ihm. Naja. Der ist auch Zielsucher. Kleine Warnung. Oh. Hat der Schadenstrang getroffen? Wir fielen mit Pfeilen ab. Oh. Ja. Ich wollte kein Risiko eingeben. Naja. Äh, eingehen. Der letzte... Naja, Goldhane... Ach, der letzte schon. Oh, leider. Sorry für das wenige Kommentieren. Der hat Eis, Helm, Dia, Schuhe, Goldhane... Genau, äh, Flo, worüber kann man denn gut reden? Aber ist Zielsucher, soweit ich weiß. Mach doch mal ein paar schöne Themen. Ich? Ja. Ähm... Gummibärchen schmecken lecker. Okay. Leute, kauft euch Gummibärchen. Genau. Ist die Message des Tages. Von Flo. Genau. Äh... Mein Gott, Leute. Also, soweit ich weiß, ist der Zielsucher. Wieso, wieso hab ich mich jetzt erschrocken? Erschreckt. Ach, du bist hier. Ja, du müsstest den locker kriegen. Aber der ist Zielsucher, soweit ich weiß. Das ist ja, wenn ich jetzt 500... Hallo? Er scheint Pro. Oh, oh. Oh, und der hat dein Tier nicht weg. Wieso rennst du jetzt weg? Danke. Oh. 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 Das kann ja gar nichts im Ausweichen. Mieuuu. 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 Ja, ist gut. Mieuuu. Mieuuu. Jetzt kommt Jump Smash. Oh, oh. Oh, oh. Der hat Dobi-Dier in den Games gewonnen. Jo, Bro. Jo, Bro. Ei-acht? Oh, wow. Ei-ee- EEE-ssel! Hup, ne-liss! Okay, Leute. Ah, es ist desweils überheblich, erst einmal Spaß gemeint. Und ja, wenn euch das gefallen hat, kommentiert doch bitte, lasst ein... Das ist einfach mal auf den Arsch. Lasst doch ein Abo da, einen Like und einen Kommentar und dann sehen wir uns im nächsten Part. Auf Wiedersehen, meine lieben Leute. Tschüss.